ich werde ab und zu gefragt wo man denn magenta kaufen kann dann sage ich okay magenta farbe beispielsweise im bauhaus oder im baumarkt und zwar in deutschland unter dem real code 4010 reichsausschuss für lieferbedingungen in deutschland sind ist farbe ja kodiert 4010 oben dann drauf guckt steht es dann drauf 4010 magenta und im bauhaus steht sogar tele magenta drauf und beispielsweise habe ich mit diesem lack hier dieses tee eingefärbt das ist unser magenta natürlich von untergrund und untergrund sieht es ja unterschiedlich aus aber wer den lack braucht um beispielsweise zu hause mal ein carport in einen telekom umzuwandeln dem sollte so eine dose reichen online übrigens viel spaß beim spraying